Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring Shadow of the Earth Tree Part 39. Tja, beim letzten Mal haben wir hier den Hohepriester Ymir getroffen. Und der hat uns einen Auftrag erteilt, wir sollen Ruinen finden. Schlicht und ergreifend, dazu hat er uns eine Karte gegeben, mittels der wir da vielleicht den Weg dahin finden können. So, jetzt muss ich hier aufpassen, ich soll hier nichts treten, hier ist wohl irgendetwas oder irgendjemand, der verletzlich ist, ein Junge. Irgendwie von einem Jungen gesprochen, was auch immer er damit meinte. Ist das Gespenst, ja sehr lustig. Ah, ich habe hier noch nichts gefunden. Keine Ahnung, was er meinte. Also ich kann hier auf jeden Fall überall rauchen, ah ok, das sieht wirklich wieder wie so eine Tür aus. Oh, ich kann die aber hier nicht benutzen. Ich kann hier nur gegenrollen, aber nee, nee. Abrollen vorausbenärte, nee, das ist eine Lüge. Aber es sieht hier echt danach aus, ne? Wir haben ja schon so eine Tür gefunden, die bei dem Turm, na, na, den wir zunächst untersucht hatten, von dem einen Magier. Wo wir so eine schöne Kanone gefunden haben. Ach, hier steht derjenige. Ah. Der hat die Türüstung an, die wir gefunden haben, ne? Diese Nachtrüstung, oder was das ist. Ich habe keinen Interesse in kleinen Gesprächen. Meine einzige Gefühle sind die Gefühle von Count Emyr. Und du bist nicht von ihnen. Mhm. Nur, es ist eine Sache, ich würde sagen. Count Emyr, die Kindheit ist ein Gift. Wenn du ihn überraschst, wird er sich schreckt. Hm, interessant. Hm, okay. Klingt eher nach einer Frau. Du hattest zwar von einem Jungen gesprochen, aber etwas. Hm, na gut. Das hat ja hier nichts zu sagen, ne? In der Keller sieht ja auch eher aus wie ein Mädchen. Zumindest das, was man bisher gesehen hat. Von ihm. Und insofern, ja. Japanische Spiele haben ja häufig so, eher so andere Güne-Charaktere. Gut, jetzt haben wir mehrere Wege. Jetzt können wir entweder die Ruinen suchen, ne? Was ja ganz interessant wäre vielleicht. Oder wir können in den Kirchenbezirk. Ich glaube, ich mache erstmal den Kirchenbezirk, oder? Und danach kümmern wir uns um die. Oh Gott. Hier ist ein Friedhof. Gut zuhören. Flüstert hier jemand? Trauer. Wahrscheinlich tot. Ach, nee. Ach, das ist hier auch noch ein Pazifisten. Hier können wir auch noch nichts machen. Hier kommen wir wieder nach vorne. Hm. Hm. Aber sonst war ja nichts weiter, ne? Also kein Schadoubaumfragment oder so. Nicht mal bei den Schafen hier. Nö. Und jede Menge solcher Soldaten, ja solcher Marionettentypen. Die ziemlich krass unterwegs sind. Die sind ein bisschen aggressiver. Ah, da ist noch was. Moment. Natürlich, das darf beim Magier auch nicht fehlen, ne? Ein Sternensplitter. Denke ich mal, ist da ein, oder? Ja, Sternenlichtsplitter. Sternenlicht. Sorry. Also immerhin haben wir ein bisschen was gefunden. Oh Gott, hier sind nur die Soldaten wieder. Ah, hier liegt was Wertvolles. Ui. Nochmal ein Handbuch, geil. Mhm. Na ja. Huh. Huch, abgestürzt. Na zum Glück nicht allzu tief. Solche An... Ja, solche An... Abgründe, nicht Angrücke. Angrücke, genau. Nee. Abgründe. Sind mir lieb. Weil da kann man sich nicht verletzen. Da oben leuchtet auch irgendwas. Schauen wir uns mal hier um mir. Krass, da liegt hier einfach mal so ein Handbuch hier rum. Muss man sich erst mal kommen. So, hier kommt man noch irgendwie... Oder ich gehe außenrum. Da kann man wie das Pferd benutzen. Hm, noch welche. Oje. Warum seid ihr hier? Die Bogenschütze sind ja doch schlimmer. Hab ich gesagt. Aber gut, es sind alle schlimm. Marjonaten-Soldaten-Rüstung. Ja, die kennen wir schon. Das ist nichts Neues. Okay, aber hier geht's weiter. Nochmal Marjonaten-Nacht. Scheiße. Na, dann noch ein paar Bogenschützen, ne? Und dann hast du schon... Das Problem. Also Gatling. Das ist der Kino normalen Bogenschützen. Am besten man killt, so schnell es geht, ey. Nein. Und man kommt nicht durch. Ja, das meinte ich damit, dass die ein bisschen aggressiver zu Werke gehen. Als die normalen, ne? Die man kennt aus Reihen-Lukaria zum Beispiel. Die sind ja ein Witz dagegen, ey, wirklich. Boah. Leute, ey. Aber ich krieg hier mein Tränke wieder, das ist schön. Verliebter Maßen. Also da ist noch ein anderer Charakter. Und der warnt mich, dass ich seinen Fürst nicht hintergehen soll. Ah. Das ist ja der älteste Trick der Welt, ne? Ui, schimmernder Nagel. Ii. Aber es war schön wie ein Crafting-Objekt. Was ist hier? Ach, die Bellen. Nein, hinter dir ist einer. Warum, wie sieht er dir nicht an? Das Anvisieren kommt mir inzwischen vor wie bei Lords of the Fallen. Ohne Patches. Ohne Patches. Was haben die denn nur alles verschlimm, bessert ja? Und bei meinem Koop-Spiel, da hatte ich auch so meine Probleme. Da wurde ich wieder irgendwie... kam da die Nachricht, ähm, ähm, äh, wegen, äh, oh Gott, wie war die Formulierung? Ja, ich hätte mich irgendwie falsch benommen. So ungefähr. Obwohl ich da, äh, nichts anders gemacht habe als sonst auch. Einfach gewartet, bis ich gerufen wurde, ne? Mehr habe ich nicht gemacht. Aber ja, soll ich mich daneben benommen haben? Keine Ahnung. Wollten sie eigentlich gepatcht haben, ne? Diesen komischen Bug. Aber er ist leider noch nicht gepatcht. Gut, ii mir. Ja, also hier ist scheint jetzt erstmal auf den ersten Blick, ich sag's immer, unter Vorbehalt natürlich, nichts zu sein. Also können wir uns ja direkt hier in den Kirchenbezirk erstmal, hm? Ja, gehen wir erstmal da hin. Immer eins nochmal nennen. Dann können wir uns immer noch auf zu den Ruinen begeben, wo auch immer die sind. Aber gut, deswegen sind sie ja versteckt, ne? Man soll sie ja finden. So, soll ich hier aufs Dach springen, oder was? Ah, ne, hier geht's ja auch noch weiter. Erstmal hier umgucken. Hier kann ich kein Pferd nutzen. Nein, leider nicht. Ah, hier ist ein Fahrstuhl. Können wir den Hebel? Ne, bewegt sich nicht. Bewegt sich nicht, okay. Warum nicht? Ja, weil hier haben wir ja einen Schlüssel bekommen, auf jeden Fall. Also nicht hier. Sondern auch bei einer Kirche. Als wir invadiert wurden, ne? Von diesem komischen Feuerritter, ne? Oder wie er sich nannte. Man muss ja irgendwo rüberspringen, oder was? Hebel voraus. Äh, toll. Der Hebel nutzt ja nix. Okay, das schafft man. Weil die sind irgendwie versunken, ja. Hier sind offenbar Ruinen, ne? Aber diese wurden alle... Oh, und Mr. Crabs. Oh, okay. Oh, er frisst die Leiche. Boah, selbst sie bringen schon fast tausende. Die Clem Kram. Wahnsinn. Das ist doch nicht normal. Ich meine, ich freue mich drüber. Keine Frage. Das leveln hier, ich kenne ein Problem, ne? Kann bald wieder Level. Apropos. Haben wir endlich Level 180 erreicht. Da liegt auch noch was. Okay, wie komme ich denn da hin? Weißes Fleisch. Oder kann ich hier irgendwo gehen? Ich glaube, da versinkt ich direkt, ne? Ah, Moment. Hier ist doch nicht umsonst ein Baum stammen. Also da kann ich wohl rüber. Ne? Steht da? Re... Projektilwaffe voraus benötigt. Oh. Das ist eine Boss Area? Das wäre ja geil, ja. Oder auch nicht. Ich weiß noch nicht. Kann man hier rüber? Ne, ne? Das sieht doch auch interessant aus. Aber ich glaube, von hier aus kommt man da nicht... Ne, noch nicht wahrscheinlich. Keine Ahnung. Vielleicht einmal so rumlaufen und dann kommt man da rauf. Hoffe ich mal. Gut, dann gehen wir da auf den komischen Ast. Ich bin eigentlich gesprungen, aber gut. Ja, zum Glück ist der Weg ja nicht weit. Bin doch gesprungen. Keine Ahnung. Hat doch irgendwie nicht gezählt. Oh Gott. Ach, hier ist ja... Ah, hier ist... Okay, da hätte ich mich auch fallen lassen können. Na gut. Und der war ja noch so ein Garten, ne? Vielleicht kommen wir hier jetzt in den Garten. Den wir immer von oben gesehen hatten, ne? Das war hier in der Festung, ne? Ich bin auch denkbar. So. Warum müssen doch immer Abgründe sein, ey? Oh je. Ich hör was. 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 Okay, da könnte man auch genau und machen Sinn. Da ist ein besonderes Item. Nicht, dass es hier ein Fisch ist und der schnappt uns weg. Da ist eine Treppe und hier... Keine Ahnung, wie man hier weiterkommt, Leute. Aber mal gucken. Fernkampf, weil wir haben ja Fernkampf gelernt, ne? Ich hör hier nur da und was. Ich hör hier nur da und was. Oh. Oh. Ah, da ist irgendwas. Unter Wasser. Aber was das ist, weiß ich noch nicht. Ein riesiger Fisch oder was? Oh je. Das klingt vielversprechend. So, wie komme ich jetzt hier weiter? Schwimmt das da hin? Ne. Ich muss wohl zurück. Wenn ich mal wüsste, welchen Weg ich hier einschlagen muss. Oh Gott. Springen ja. Wenn ich es dir sage, du sollst springen. Okay, hier komme ich jetzt zurück auf jeden Fall. Da geht es mir nicht weiter. Ich dachte erst, da ging es weiter. Blume voraus, kurz gesagt. Wenn nötig das Objekt. Ja, na ja. Monstrum. Ja, ich möchte nach Hause. Ja, irgendein Monstrum ist hier. Vielleicht muss ich erst mal das Wasser ablassen, ne? Oh Gott, geschafft. So, wo muss ich jetzt hier lang, ist die Frage. Da muss ich doch darüber irgendwie. Dann war das gar nicht so verkehrt gedacht. Ah ja, okay. Springen voraus benötigt hier. Danke. Oh Gott, oh Gott. Das hat knappig. Gut gemacht. Danke. Oh ne. Oh ne. Ich frage mich nicht, was hier für ein Monstrum ist. Ist hier ein Boss oder was? Das wäre ja geil. Cool. Und dann bleibt mal liegen. Oh Gott, halten die viel aus. Aber sie können bluten, oder? Vor allen Dingen können sie mich umarmen. Ah, keine Monster voraus. Hm, weiß auch nichts Besonderes, was jetzt hier gehört. Ich wollte eigentlich einen Backstab machen, aber irgendwie hat er das nicht registriert. Ach, der hat sich selbst umdeckt. Genau, das ist schön. Das sind mir die liebsten Gegner. Also hier geht es schon mal nach oben. Da sind dann wieder welche. Oh, der wird besonders viele trocken. Oh, vollen Schreck gekriegt, ey. Ey, ich bin nicht schreckunanfällig hier. Was war das denn, ey? Oh, nicht doch. Na gut, jetzt weiß ich, dass ich direkt dahin komme. Juhuuu. Na, scheiße, ey. Voll die Panik geschoben. Sonst guckt das ich die krassesten Horrorfilme und alles an, ja. Und dann, weil so ein billig Gegner, ja, kriegt die glatte Panik. Ja. Und Horror-Spiele vor allen Dingen, ne? Sieht man ja auf meinem Kanal, ne? Ich hab ja schon das ein oder andere Horror-Spiel gespielt. Am krassesten sind Horror-Spiel immer noch mit. Ja, ja. Na gut. Ich geh lieber mal auf Sicherheitsabstand. Hm. 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 Halt'n die Hände mal so hoch. Ja, weil sie mich anbeißen können. Sie fühlen mich zum Anbeißen. Na komm, gleich mehrere Schläge hintereinander und dann ist er auch weg. Mensch, Mensch. Ja, ich kann wirklich fast wieder aufstellen gehen. Ja, das ist... Braucht nicht mehr viel. Ich brauche ich jetzt eigentlich. 233, ja gut. Also knapp 234.000 brauche ich jetzt. Uff. Hier ist ein riesiges Dach. Hier Gargoyles, pass auf. Hier komm jetzt. Ach du scheiße, nicht du. Oh nö. Ich mag so ne Gegend. Die gehen wir nicht. Das kommt eigentlich mal ein echter Gegender. Ja, ja. Ich hab keinen Feuerschutz aktiviert. Obwohl. Brauche ich gar nicht. Ich hab doch Fernkampf, Mann. Da trifft wir nicht. Zu weit weg. Deren Attacken treffen mich immer. Oh ne. Die verzögerten, ey. Ich mag das nicht. Versteht's doch endlich mal. Ob der was? Nö. Das war kein besonderer. Naja, der war auch zu schwach dafür. Daran steht nochmal. Was steht der Festung? Nacht. Ah, ich soll hier nachts wiederkommen. Oder wie? Wie? Ich versteh's nicht. Visionen hier von Zauberer. Ist das eine Dunkelheit? Hm. Was du meinst? Aha. Erinnert ihn das an was? Oder was? Wahrscheinlich. Egal. Wir gehen hier mal weiter. Da jetzt lang. Oh Gott. Monster. Ey. Das ist ein Baumgeist mit Geschwüren. Ja, ich hab's befürchtet, ey. Das zeigt mir jetzt noch für Zauberer. Hm. Den vollen ist das auch nicht schlecht. Vollenes Teil. Oder das hier. Die sind ja auch blütungsanfällig ein bisschen, ne? Oh. Haha. Ja. Ja. Auch, ja. Da jetzt auch noch lang, okay. Ja, vielleicht kommen wir da noch hin. Oh Gott, ey. Wie soll ich denn das machen? Mit Milliarden Runen im Gepäck. Das ist ein Baumgeist ist hier. Also müssen wir Wasser ablassen und dann können wir gegen den kämpfen. Vermutig mal. Oder muss ich den so bekämpfen? Was ist hier? Ist hier verschwunden, die Nachricht, die ich lesen wollte. Keine Schafschütze voraus. Achso, ja. Wegen. Haha. Kleine Hommage an Darksrits 1, ja. Hä? Ah, hier sind keine Bogenschützen. Na mal sehen, vielleicht kommt der wieder zum Vorschein. Ich höre ihn, ich höre ihn. Ich sehe ihn noch nicht. Aber jetzt wissen wir, was da ist. Ja, ist es. Der schwimmt da einfach mal. Haha. Na, die droppen aber besonders, ne? Ich wittere Shadowbaumfragmente. Ah, okay. Ich verstehe. Von hier aus kann ich den nicht. Hm, er ist zu weit weg. Traffic den? Nö. Natürlich nicht. Hm. Meckenbogen, ey. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so einen Satz zurück mache, ne? Ja, ich möchte das schon gerne haben, der droppt vielleicht, weil ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt, wenn ich hier das Wasser abgelassen oder ob überhaupt das Wasser abgelassen wird. Wo ist denn der jetzt? Ach so, ist ja keine Pfeile, ne? Doch, weder mir. Genug. Auch Elektro. Wo ist denn der Typ jetzt? Also Typ. Kann ja auch ein Mädel sein, ne? Man sieht sich ja nicht an. Er heißt Baumgeist, okay. Äh. Ich glaube, es tat ihm weh. Er hat Geräusche gemeinsam verschwunden, nein. Wo soll er denn hin? Hm. Schon. Na toll. Ich habe ihn einmal angeschossen, dann ist er verschwunden. Das ist ja lustig, ein Baumgeist. Hm. Also merken, hier ist ein Baumgeist. Na gut, das hätte ich auch. Na ja, gern. Jetzt wäre er in der zweiten Hand lassen können, sozusagen, ne? Das Schwert. Oh, gut. So, Uchi. Ne, Uchi. Das ist. Nur ein bisschen stärker als Uchi. Nur ein bisschen. Ein Mühe. Gut, dann lassen wir den erstmal. Hier geht es also runter. Mal gucken, was hier noch ist. Auf der anderen Seite auch. Jetzt auch runter. Jetzt überall runter. Hm. Na vielleicht müssen wir sowieso noch gegen den Kämpfen. Das ist ja schon ein bisschen geschwächt. Nicht. Da geht es auch lang. Und jetzt sagt er, da ist nichts. Passt auf. Und steht hier nichts oder so. Ha. Nutzlosigkeit. Wollen wir mal untersuchen. Wollen wir mal eine Vision hiervon an der Grenze. Ähm, ja. Also hier ist nichts. Gut. Hier taucht auch Dittfin nicht mehr auf, leider. Komm, mach mal zwei händliche. Dann kann ich mich hier runter lassen. Also da sind Balken auf jeden Fall. Finde ich hier hoch. Ne. Ne. Ne, wohl nicht. Und heute steht nicht hier. Hm. Gut gemacht, dass ich bisher gekommen bin. irgendwie. Hier. Ah, ja. Ja, ja. Ja, da kann man ziemlich bequem drauf. Das stimmt allerdings. Da ist ein Becken. Da ist ein Item. Ähm. Äh. Äh. Ja. Ja. Ja, ja. Von hier aus komme ich dahin. Sehr cool. Da könnte ich auch aufspringen, aber warum sollte ich das tun? Mist voraus. Haha. Also das ist wahr. Da muss ich ihm recht geben. Aber, das wird ja nicht das einzige Item gewesen sein, was man hier looten kann. Ähm. So, hier geht's hier runter. Hoffnung voraus. Ich weiß nicht. Sollte mich das hoffnungsvoll stimmen, wenn ich hier runter springe. Na gut. Machen wir das mal. Ja, so Mr. Krabs. Hm. Na jetzt kann ich. Ah, die Tür öffnen. Okay. Wo führt die denn hin? Ah. Hey, Marika, your mother to us all. Pay for me, who would die grace. I have met many who would threaten or distress thee, and quoth, each and or. And I hereby swear to never cease. So, please, grant me die grace. Leave me with my solitary life. lebt er noch wissen dass kinder den es achtet ist so der ritter ihr ist der gnade benutzen ihres der verfinsterung nutzen verzeigen verwenden ja der gnade fließt er uns dann wohlgesinnt und hilft uns die wartet nicht verschwindete feuerritter quillen haben wir bekommen hätten wir das sonst nicht bekommen vielleicht hätten wir dafür was anderes erhalten unerwartet dass er bei der person der zeit für diesen mist vision hier von auf so kurz zu untersuchen klug nicht dass hier ein aufzug ist cool dafür war der schlüssel offenbar den uns vorher gegeben hatte und freiwilliger weise eindeutig feuerritter wiedergefunden quellen oder wie es aber ja das war der gute in seiner wirklichen gestalt vielleicht kann man ihn dann irgendwann beschwören oder so das können wir vorstellen auf jeden fall da bist du ja mein freund zeitgleich heilung gebrochen und blutungen gebrockt sehr schön und hier liegt was schönes was besonders was selten ist ohne eines unbesungenen helden allein schon aufgrund der ruhe sollte man ihm jetzt ihre erweisen finde ich die war echt wertvoll und scheint aber wenn man in der springen versuchen weiß nicht ob das könnte das sein könnte es sein dass da jetzt sind ja ich glaube ich erst mal hier und da geht es vielleicht weiter messen was blut ist natürlich auch das ja mein messmasch schloss eigentlich wieder kein pferd voraus die meint fahrt verdammt nochmal warum sollte da auch ein fahrer das noch einer nicht gut da müssen erst dazu gekommen sein angriff auszuwählen ich hasse diese dinge gut geschafft man 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 die typen sind heftig immer noch gerade wenn es hier ist auch noch ein ausgang komfort voraus sehr sicher ich will das ding haben hier kann man offenbar nicht darauf springen ok das war also richtig was der eine meinte dass man von der anderen seite darauf springen soll das ist nicht euer ernst oder da glitscht man einfach so runter weil es glitschig ist logisch ne macht Sinn scheiße leute und jetzt bin wir hier am poppest der welt daher wieder anzukommen seh ich noch nicht egal wie war das halte ich nicht an den runen fest lass sie gehen ich lass ich auch in ruhe gehen was war das irgendwas gestorben so hier war erstmal der erste feuerreiterritter die musik glaube ich ausschalten sonst wird es nichts ja ja ok die verschwinden noch zeitgleich das ist cool so na denn erstmal wieder daher hinkommen ja ich denke mal ich kann nicht anderen orten irgendwie anderen orts bekämpfen was tut man hier als für so ein schade baum teil jungen muss mal hier dann hier runter dann kommt wieder so vorherritter typ da war denn die kapelle ach so moment vielleicht liegt da jetzt noch was anderes man weiß manchmal ich habe ich da plötzlich seine gesamte ausrüstung oder so das nächste mal neu startet und so und kennt das ja es sieht aber nicht da noch ist leider nicht das finde ich so schön dass die items hier also besonders wichtige items so klar markiert sind immer dann man kann sie gar nicht übersehen eigentlich ich schaffte trotzdem manchmal war gut warum drobst du nichts außer etliche seelen also nun nun paket quasi so er sagt komfort voraus ne welcher hat das gesagt der nächste dann versuche ich da erstmal an den komfort zu kommen erst mal kommt er wir geil oder so ich weiß noch nicht schlechte sind nicht so hier komfort voraus naja deswegen fahrstuhl ist aber es unter dem fahrstuhl na wasser unterbessen die lampe an den musik vielleicht erstmal aktivieren wie weit geht es hier um hätte ich jetzt unterwegs abspringen können scheiße nicht auf geachtet weil er fährt relativ gemächlich oh man oh man oh man oh man probenlager probenlager lager es kann man unterhalten wo er nicht rankam drachen ne dunkel schmiedestein neun ich dachte er ist ein drachen dunkel stinknormaler schmiedestein oh hier ist okay hier ist der komfort oh gott ist da ein boss cool wir sind da im probenlager leute aber jetzt auf der anderen seite quasi ne da waren wir ja überall ne mhm 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 in den schönernsten Farben man scheint nicht unterwegs abspringen zu können ja, na jetzt sind wir safe Kirchenbezirk, Schattenberg Kirchenbezirk, Schrägstrich gut, aber ich möchte gerne hier das Dings haben weil ich hätte ja jetzt leveln na gut ich fall jetzt einfach mal nicht mehr da runter sagt er und ja man glitscht da einfach runter man glitscht da einfach so weg du kannst da nichts gegen tun ist ätzend, aber es ist so anstrengend, warum muss der nicht immer an solchen Stellen sein aber ja, ah toll jetzt können wir erstmal 10 Stunden warten bis das Ding nach oben fährt warum kann er nicht unten einfach so ein Ort der Genade sein, das macht ja Sinn wenn es hier weiter geht aber okay Leute, dann geht es hier noch weiter krass ja warte, du hast uns von weitem immer beschossen hier steht bestimmt Rache ja, Rache wo ist dies doch so, bleibst du nun oh Gott, ja der Bruch ja der Bruchgenose ich lasse dir am besten immer schon mal nach oben fahren so, jetzt möchte ich das endlich mal überleben wenn ich das Ding habe, dann teleportiere ich mich einfach, ist mir jetzt egal ja, ich da nochmal runter verlängel nochmal ein Glitch da so weg das ist so blöd gemacht dann sollen sie mir jetzt dafür sorgen meinetwegen in einer unsichtbaren Hitbox drumherum dass man da relativ safe ist aber nein die haben ganz filigran die Hitbox gestrickt da um diese Ärmchen drumherum und die Fingerchen ganz geil naja, der Heini ist ja auch noch da wieder da warm, poise break aber das ist ja noch ein, aber wenn der uns von hinten geschießt hey, habst du mich gewusst, dass das einer ist vielleicht schaffen wir es hier doch ja, ha gerade so so, jetzt sind hier mehrere Wege aber ich laufe erstmal den der Nase nach ab Leute ein Akt, aber es hat sich richtig gelohnt es hat sich sowas von gelohnt ja naja, ich hab ja das Teil hier benutzt und hier ist tot, richtig hier ist ja gar nichts was, was, was ist das nicht für ein Witzwombschen Raum wenn hier nichts ist na gut, wenn man das Wasser vielleicht mal sehen, ob das hier so ein so ähnlich ist wie in Dark Souls 1 ob man hier das Wasser irgendwo ablassen kann hier war komfort, ne genau gut, dann können wir nur den nächsten nehmen den nächsten Gang hier war eine Stolte hier war nur die Statue so krass, ey das hat sich aus dem Grund schon gelohnt hier wieder zurück zu kehren ah, warum bist du hier ah, das war der zweite oh, mal diese Spur jetzt zurück, ey man seid ihr so feige und ihr droppt nicht mal irgendwas ich hab so einen hohen Arcan dann werdet ihr uns schon längst was droppen müssen das heißt so einen hohen oh, Achtung dunkel okay, ein One-Shots aber weil ich noch gebufft bin, ne von meinem Zweihandschlag na, hier ist nichts 100 Pro, aber soll das sein macht keinen Sinn und so eine nichts sagende Mauer steht denn hier Vorsicht vor Loch oh, oh ja oh ja obwohl, da sieht es so aus könnte man da laufen, oder? ne das sind glaube ich nur Spiegelungen na, da ist noch einer drin ja hab dich schon gehört hab ich nicht gesehen sowas steht hier wieder ja, das ist das Berg äh hmm verstehe ich nicht ganz hier ist ne Berg na, hier ist ne Treppe äh, ne Leiter sagt er ich will das Vieh bekämpfen ah oh, das kommt mir echt verdammt bekannt ich glaube, wir können ja echt das Wasser ablassen naja, mal sehen vielleicht kommt da auch ne schöne Zwischensequenz jo, kommt dann können wir den Baumgeist bekämpfen hoffe ich doch ja, es wird echt das Wasser abgelassen im Kirchenbezirk okay ich hab's ja vermutet krass und da strömt's raus hat sich jetzt auch was in der Landschaft damit verändert, oder? ist das geil haha, ist das cool ich liebe sowas ja man den Level verändern kann so auch wenn's natürlich alles gescriptet ist und so aber die Idee ist halt immer wieder cool und Dark Souls hat sie begründet diese Idee mhm 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 oh, oh scheiße ne neue Landschaft wurde erschaffen oh, mit Gnade inklusive gut wie komm ich da jetzt hin? mhm mhm und mit Baumgeist das kann man demnächst bekämpfen also von da oben her, wie gesagt, nach einem Schuss da war er plötzlich verschwunden, ne? mhm Vision hier von Rand ach, nee ist ja geil jetzt der Kirchenbezirk hier okay, frei von allem Wasser ja, war mit allen Wassern gewaschen haha hey, komm ich hier runter cool na oh, schmiedumme Schmiedstein fünf ey, wie geil ist das denn, Leute ist einfach mal ein neues Level aufgetan dadurch wie heißt denn das jetzt hier? hat er jetzt auch einen anderen Namen? oder ist es auch noch Kirchenbezirk? immer wieder diese Multiplayer-Zeichen das macht mir Angst na, hier kannst du dich ruhig jetzt setzen ist egal, wir haben da oben ein Leuchtfeuer oh ja ich kann's ich kann auf Stufe 11 gehen wie geil ist das denn, Leute Sägen des Shadow Bombs gestärkt na, siehste da Stufe 11, ja brauchen wir nur noch 9 ah wie ist das jetzt? ich wollte doch gucken, wie du teilst ich vergesse versunkte Kapelle ah, geil Beine immer diese komischen Witze die nicht witzig sind ich lache ja gern und viel aber es muss schon ein bisschen witzig sein so, wo ist der Baumgeist? wahrscheinlich schwacher Feind da da kommt er da ist er na endlich tut mir leid, dass ich dich vorhin ein bisschen angeschossen habe oh Gott ich warte, ich wollte was einsammeln ne, das ist so ein stinknormaler, ne nur in seiner stärksten Ausprägung oh, zu spä, aber zu früh gesprungen gerollt ich seh bei denen immer nicht, was flatt ist was ist denn bei dir vorne und was hinten was ist nicht nett Feuer sollte man nutzen, ne ich hab gerade eins dabei aber er kann looten oh oh, Achtung ich roll natürlich genau rein in so eine Säule oh, kriegen wir jetzt noch einen Shadowbaum? na, Fragment ich muss das mal überleben würde ich vorschlagen ja, soweit richtig scheiße, heil dich komm, ja ja, Blutung progt oder war sowieso schon tot Dornenmantel, okay cool na, immerhin eine Anrufung bekommen na, jetzt noch mal ein Shadowbaum Fragment so kurz nacheinander habe ich jetzt nicht wirklich geglaubt sagen wir so wenn da oben jetzt keins gewesen wäre denn ja aber so, nee nee war schon ziemlich logisch ja, cool Leute ein ganz neuer Bereich freigestellt aber Orientierung ah, da steht oh nee wieder so ein Feuertyp der sieht mich von da aus hui okay, gut, dass sie von alleine explodieren das erspart mir so ein bisschen was ey oh, der hat viel ausgehalten obwohl ich Stufe 11 bin oh, Todesmaskenhelm na oh ich die hinterher noch ein Fragment äh nee Siegel der Feuerritter auch noch ein Siegel bekommen okay das ist womit man Anrufungen und wie gegen wen kämpft er gegen die Statue oder was ja hier ist zwar Marika Statue aber leider kein Scheidebaum Fragment okay erstmal den Helm der reiht sich ja ein bei den anderen Feuerritterhelmen wahrscheinlich ja obwohl Salsas das war ja von einem Feuerritter Oberhaupt Helm vom Wego dem ältesten unter den Feuerrittern okay das war dann wirklich ein stärkeres Exemplar wow na gut dafür war der schnell weg zwei verzerrte Todesmasken die aufeinander gestapelt wurden verringert fp verbraucht beim herbeirufen von Geistern von der Einsamkeit verzerrt wandte der alte Mann seine Aufmerksamkeit der Spiritualität von Messmas Flamme zu die er in einem Ritual der Auferstehung verwendete dann auch brachten die seelenlosen Körper die der arme Wego zum Leben erweckte ihm keinen Trost jo und ich würde mal sagen achso ne da war ja noch was mhm wir würden uns ja das Siegel noch angucken das sitzt in der Waffe ja bei den Siegeln zu finden kleiner Tipp haha hier unten ja na gut Siegel der Feuerritter heiliges Siegel der Feuerritter die unter dem Kommando von Messmas dem Fehler standen verstärkt Feueranrufung Messmas das Emblem von Messmas Armee zeigt einen goldenen Ring und das Feuer seines heiligen Siegels sehr cool Leute na ich würde mal sagen damit mache ich erstmal Schluss an der Stelle bye bye ciao ciao bis zum nächsten Mal euer Schak lasst es euch gut gehen und falls euch die Folge gefallen hat bis dahin lasst ein Like in Norden da und ein Abo damit ihr keine Folge mehr verpasst also bis dann vielen Dank fürs Zuschauen